Ich bin der Stefan Stadler aus Eingelmannsbrunn bei Kirchberg am Wagram und ich habe einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb, den ich seit 2018 bio bewirtschafte. Es geht eigentlich bei meinem WIFZAG-Projekt darum, einen Raps im Biolandbau komplett ohne Pflanzenschutzmittel zum Durchbringen. Nach ein paar Fehlversuchen ist es Stefan Stadler gelungen, durch Beobachtung der Rapskulturen eine Begleitpflanzenmischung aus Buchweizen, Leindotter und Kresse zusammenzustellen, um die Kulturpflanze gesund und ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Ernte zu bringen.